Die große Veränderung beginnt jetzt. Eine kraftvolle Aussage, eine kraftvolle Energie und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann schaue dir dieses Video bis zum Ende an. Der Monat Februar steht kurz vor der Tür. Ich habe hineingespürt und reingefühlt und die Energien sind unglaublich stark. Denn Februar ist auch der zweite Monat und zwei steht für mich immer für die Gemeinsamkeit. Das steht auch für eine Wir. Also steht auch für die Liebe, für die Seelenpartnerschaft. Es geht um die Gemeinschaft, es geht um eins zu werden. Und so beginnt auch wirklich dieser Monat am 1.2. mit einem Neumond und zwar Neumond im Wassermann. Wassermann bringt auch eine unglaublich starke Energie mit sich. Und Wassermann ist ja ohnehin ein Sternzeichen, der so einen Pioniergeist hat, der immer weit voraus geht, der immer ganz individuell ist und einfach geistig sehr rege ist. Und diese geistreiche, hoch schwingende Energie erreicht uns ja auch in der Liebe und in der Seelenpartnerschaft, wie du auch siehst. Die Portaltage sind auch unglaublich stark. Jetzt im Februar und am 2.2.2022, ein sehr kraftvoller Tag, enden diese Portaltage. Diese zehntägigen Portaltage haben ja auch was in uns bewegt, in uns was getriggert, in uns was zur Entfaltung gebracht. Denn die Energien waren sehr, sehr intensiv, sind die nach wie vor immer noch. Und das war ein Zyklus, wo wir durchgegangen sind, wo wir durchgelaufen sind. Und so kommen wir in den Februar hinein. Und hier gibt es unglaublich viele magische Tage auch, wo wir das Gefühl haben, wirklich diese Zweien wiederholen sich. Und das kommt auch nicht so schnell nochmal. Denn der 2.2.2022, dann der 20.2.2022, 22.2.2022, das sind alles energetische Tage. Und die geben auch Hinweise, wirklich für die Liebe auch und natürlich auch für die Seelenpartnerschaft, dass das Ganze auf eine höhere Ebene gelangt. Und dazu sollst du auch natürlich bereit sein, du sollst dich dazu auch öffnen und wirklich diese Liebe mit ganz anderen Augen natürlich anschauen. Du sollst deine Weichen auf dieses Wir stellen, dass du wirklich innerlich auch diese Bereitschaft hast, dein Herz öffnest und natürlich das Ganze krönt auch noch der Valentinstag, auch was so unglaublich stark wird in diesem Jahr auch. Und lass dich auch wirklich von dieser Herzöffnung, von den Energien auch mitnehmen. Also lass dich mitnehmen, öffne dich dafür, damit du wirklich mit deinem Seelenpartner in eine neue Ebene kommen kannst. 2022 ist auch wirklich ein unglaublich starkes Jahr für die Seelenpaare, für die Seelenpartnerschaft, aber nicht nur, sondern für die Paare allgemein. Es finden sich auch neue Partnerschaften, neue Liebe. Die Liebe bekommt eine ganz andere Definition. Auch Liebe, nicht nur zwischen den Paaren, sondern auch unter uns Menschen. Und das ist doch eine unglaublich starke Kraft, weil wenn du wirklich dein Herz für die Liebe öffnest, dann schwingst du auch wesentlich höher, auch energetisch. Und es gelingen dir auch viele Dinge einfach, viel einfacher und besser. Nutze diese Tage optimal für dich. Nutze die, öffne dich dafür, für die Liebe. Und wenn du noch Themen hast, wo du das Gefühl hast, das stagniert, wenn du das Gefühl hast, das zieht dich noch zurück, das ist noch alt, dann ist es jetzt, jetzt wirklich an der Zeit, dass du all diese stagnierenden Energien ein für alle Male loslässt und dich dein Bewusstsein für die Liebe öffnest, für deinen Seelenpartner öffnest. Das bedeutet nicht, dass du ihm nachläufst. Das wollte ich damit nicht sagen, sondern wenn du mit offenen Herzen, mit deiner offenen Seele bereit bist für diese Liebe, schwingst du viel, viel höher und dann findet diese Partnerschaft auf eine ganz andere Ebene statt. Wenn du das Gefühl hast, dein Seelenpartner ist noch nicht so weit, unterstütze ihn sehr gerne an seinem Entwicklungsweg. Wie kannst du das? Natürlich bist du immer die Vorreiterin, nutze die Energien. Ich unterstütze dich persönlich sehr gerne dabei mit meinem Coaching-Programm, damit du auch wirklich zu einer liebevollen, liebenswerten, aber dennoch entschiedenen, starken, selbstbewussten Persönlichkeiten wirst und dein Seelenpartner in dein Leben ziehst. Denn jetzt ist die Zeit optimal dafür. der Februar bietet dir ganz viele Chancen, nutze sie. Danke, deine Valeria.